Hey gut Leute, heute ist Freitag der 16.01. und das ist mein Daily Warp. Viel Spaß! So, ja, sonst gibt's noch nichts Neues. Wir haben es jetzt fast um 11 Uhr. Und ja, ich hab ziemlich lange Loll gespielt, aber ich hab schon wieder einen anderen Charakter gespielt und zwar den... keine Ahnung wie er heißt. Auf jeden Fall war er cool. Ich hab immer Jinx gespielt, sonst hab ich erstmal nichts erzählt. Wir haben cooles Wetter. Wir fahren grad spazieren, es ist trotzdem mal windig. Aber nicht so schlimm wie die letzten Wochen, also wir hatten ja richtig schon. Und ich wollte euch mal kurz zeigen, wir haben Sonnenschein. Sieht ganz cool aus. Also... Mal hier drumherum. Da. Schöner Sonnenschein, blauer Himmel. Also eigentlich nicht schlecht, wenn's nicht so windig wär. Aber naja. Ja Leute, ich sag, wir sehen uns dann später nochmal. Hey Leute, ich bin mal wieder gelangweilt und spiel lol. Schon ganz nen Tag und es gab nichts Besonderes. Und... Äh... Wir sind aber grad gut dabei und wir gewinnen. Wenn nicht, dann krieg ich heute noch die Krise. Und ja, hier können wir mal gucken. Jetzt müssen wir leider warten. Was? Epic sagt Hallo. Ja, wir sind hier im zweiten TS, weil der andere immer abkackt. Leider auch. Äh... Und ja, dann... Geh ich jetzt mal hier... Wo ist... Wo bist denn du oben? Unten? Tod, okay. Also... Äh... Epic gammelt gerne am Start rum. Und... Äh... Es gibt diese richtig beschissene Bots hier. Zum Beispiel diesen Nanobot. Der stellt sich immer vor mir. Und dann kann ich die, die, die... Oh mein Gott. Da kommen vier Bots auf der Mitte. Fünf! Alle in der Mitte. Heilige Kacke. Da geht's jetzt voll ab. Dann werd ich jetzt mal wieder belebt und, äh... Mach mir einen schönen Einkauf und dann hau ich die alle weg. Ciao. So Leute, ähm... Ja, ich hab grad noch mit, äh... Epic, äh... Lol gezockt. Und dann haben wir noch, äh... Ne Folge aufgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht wie lang die geworden ist, aber... War schon. Ähm... Und er musste dann ein bisschen frühzeitig gehen. Und ich dachte ich schaffe das noch. Aber dann haben wir dann... Das Lol-Spiel leider doch verloren. Aber... Äh... Ich hoffe ich kann da ein bisschen paar... Bis zusammen... Oder was zusammenschneiden. Und deswegen möchte ich mich entschuldigen. Ähm... Die letzten, ich glaub zwei, drei Vlogs waren nur... Nur über Lol spielen. So langsam... Wird's auch langweilig. Äh... Ich hab heute so Kopfschmerzen. Ich bin genervt. Ich hab irgendwie schlechte Laune. Ich hab... Nicht wirklich gut geschlafen heute letzte Nacht. Und... Ähm... Ja... Ähm... Deswegen wird morgen doch ein wenig was... Anderes kommen. Kein Lol mehr. Ähm... Ich habe ein kleines Thema, eine Frage, die ich beantworte. Und auch... Ähm... Was ich mache. Ja. Ähm... Dann würde ich mich äh... Sagen... Ich entschuldige mich hier für die langweiligen Vlogs. Ich weiß. Aber... Naja. Ähm... Dann sehen wir uns morgen. Und... Bis dann. Haut rein. Ciao.